Erhalten Sie jeden Monat eine seitenlange DATEV-Rechnung und der Überblick über die Kosten ist längst verloren? Dann haben wir jetzt für Sie unser neues Produkt. Mit der DATEV-Rechnungskostenanalyse haben wir mit Hilfe des Programms Microsoft Power BI ein Tool entwickelt, mit dem wir Ihnen helfen, Ihre DATEV-Kosten zu optimieren. Unser Service besteht darin, dass wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und dann gemeinsam Ihre Kosten analysieren. Dazu werden wir uns dann mit Ihnen zusammensetzen, um gemeinsam Ihre Kosten aus Ihrem DATEV-Programm zu ziehen. Diese Daten werden wir dann an uns überspielen, damit wir diese analysieren können und dann werden wir gemeinsam mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Bei diesem Termin werden wir dann unter anderem die Gliederung der Kosten in von uns vorgefertigte Kategorien, die Darstellung der Kosten Ihrer inaktiven Mandate und eine Übersicht der jährlichen Kosten jedes Mandats besprechen. Für dies und vieles weiteres setzen wir uns gerne mit Ihnen zusammen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Entweder über unsere Website stw-consulting.de oder direkt per mail info at stw-consulting.de oder direkt per mail info at stw-consulting.de ... ... ... ...